So, hier habe ich eine Eingangstür und die war nicht verschlossen. Das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe einmal den Spachtel hier angesetzt und dann bin ich beigegangen und habe diese Öffnungskarte, wenn man die normal reinschiebt, geht die hier nicht rein und durch den Spachtel konnte ich die darüber führen und dementsprechend das Ganze öffnen. Den Spachtel habe ich nur genommen dafür, um die Karte besser leiten zu können. Sonst, wenn ich die Karte reinstecken würde, würde ich die immer gegen diesen Falz hier drücken. So habe ich diese Tür einfach geöffnet mit so einer Plastikkarte.